eine kleine insel mit nur ein level drauf und das ist so ein scheiß level nein ich finde es cool ist eine nette idee weiter 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 ich schaffe das noch wenn ich zehn videos brauche ich hoffe es schon der letzte abschnitt damit es doch nicht eine million videos sehen für ein mini projekt als ich gelesen habe nur ein level dachte ich ich mache das mal so eben in zehn bis 20 minuten und jetzt sind wir schon bei 30 32 1 halb oh mein gott die mögen mich alle nicht ich werde definitiv noch was leichteres spielen an super mario hacks jetzt let's play habe ich ja schon im forum angekündigt aber mir war heute langweilig also beginnen wir das hier oh mein gott das wird scheiße ja ja was wollen die hier wollen die mich verarschen was was nein oh was drücke ich nein falsche taste ich gehe einfach zu locker damit um aber was soll funktionieren die alle wenn ich mir federn holen können und davon dass das spielen boss hat dass das stand da gar nicht weiß ich dass hier ist letzter abschnitt was mich knapp rüber und rüber durch rüber stern rüber rüber springen oh nein ich stand doch drauf ja so wollen wir das sehen das wäre ein guter sprung für ein tool assisted run aber sowas machen wir nicht zumindest recorden wir das nicht und veröffentlicht ist als perfekt run ähm exakt dazwischen gesprungen ja man müsste die spiele auch können und ich will noch super fancy world spielen ich glaube ich habe einen rat ab wobei das haben sie ja aus der seite aus smw central rausgenommen warum auch immer der war eigentlich gar nicht mal so schlecht ich meine dafür dass es nur eine beta war nein vielleicht hat das auch umbenannt oh mein gott aber daran glaube ich eigentlich nicht wer sich schon die arbeit macht sich was auszudenken und in dem heck steckt definitiv arbeit weil ich habe die ersten zwei drei levels ja schon angespielt oh mein gott ja ich schaffe es ich schaffe es ich schaffe es ja speichern äh oh sorry das wollte ich gar nicht was wollen die hier kann mir das mal jemand verraten ähm was soll ich hier machen ähm zumindest nicht da reinspringen äh ich sag dich nicht da reinspringen das spuckt schon aus was hab ich ihn jetzt getroffen oder nicht das war nicht so geplant ähm das war ein Tod oh nein das mache ich Entschuldigung Reflex auf die Taste zu drücken ah wir müssen doch von unten treffen damit haben wir dich oh mein gott wie viele Treffer willst du das war der dritte das war der vierte oh mein gott das war der fünfte oh wie viele Treffer willst du sag es mir doch oh Treffer Nummer 6 und wir sterben selber aber wenigstens weiß ich was ich machen muss oh Treffer oh 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 Treffer Nummer 2 Treffer Nummer 3 okay warte das Spiel ist gleich mal geglitscht ups Treffer ich hoffe es war jetzt Nummer 4 das war keiner Treffer Nummer 5 Treffer Nummer 6 schnell mal weg machen oh nein ja Treffer ähm springen sollte man können ha Treffer tot aber schön wir können einfach stehen bleiben wenn wir die Schelle in der Hand haben und einfach hochschmeißen das ist schon automatisch ein Treffer das Ding immer direkt über uns schwimmt schwimmt schwebt schwimmt tut es ja nicht schwimmt tun nur die bei Kaizo also in der Luft und hoch Treffer und hoch oh Treffer immer schön sauber halten und hoch das wird nichts mehr mit sauber halten ich hab nicht mitgezählt und weg das war nicht getroffen das wird langsam bisschen heftig wie viele willst du noch geh geh sterben geh einfach sterben ja 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 ah ah geschafft ah danke danke und das nur in 4 Videos ja ähm wir haben ihn besiegt wir wissen aber nicht wie es weiter geht ähm sag mir nicht da kommt noch was er hat hingeschrieben ein Level nur ein Level bitte ähm nein nicht wirklich oder nein wo hab ich denn den Leben her oh mein Gott wir sind für immer hier gefangen wir sind hier für immer gefangen nein was willst du von uns Text Message hat sich auch nicht geändert so war das nicht geplant warum fang ich eigentlich wieder an mit Analog Stick ja ähm ähm okay das ist nichts da geht's nicht lang da geht's definitiv nicht lang dann sehe ich den Hack als geschafft an ich hab ihn geschafft ja ja und das doch nur in 4 Videos und jetzt müsste ich langsam beenden sonst wird's das 5te weil wir sind nämlich bei 41,5 Minuten und wie jeder weiß 11 Minuten uploaden wir mit also 10 Minuten 59 also bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal